Nachdenkseiten Die kritische Website Bundesregierung widerspricht Befehlshaber des Territorialentführungskommandos der Bundeswehr. Angeblich ist Putin-Zitat nicht bekannt. Von Florian Warwick André Bodemann, seines Zeichens Befehlshaber des Territorialentführungskommandos der Bundeswehr, hatte bei der Vorstellung des sogenannten Operationsplan Deutschland öffentlich behauptet, Putin hat gesagt, dass er das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen möchte. Er nutzte dieses angebliche Putin-Zitat im weiteren Verlauf als Begründung für die notwendige Aufrüstung von NATO und Bundeswehr. Die Nachdenkseiten hatten dazu Anfang Juli auf der Bundespressekonferenz nach Quellenbelegen gefragt und der Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte, er hätte dies in den Raunereien von Putin gehört. Jetzt liegt eine offizielle Antwort der Bundesregierung auf eine entsprechende Anfrage eines Bundestagsabgeordneten vor. Diese lässt einen der ranghöchsten deutschen Generäle als Lügner dastehen. Zitat Liegen der Bundesregierung öffentliche oder nicht öffentliche, geheimdienstlich erlangte Äußerungen des Präsidenten der russischen Föderation Wladimir Putin vor, welche die verschiedentlich in der öffentlichen Debatte geäußerte These belegen können, dass Russland die UdSSR, Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, in den Grenzen vor 1989 wiederherzustellen beabsichtigt, und wenn ja, was liegt der Bundesregierung vor? Bitte die Quellen mit Datumsangaben benennen. So lautet die schriftlich eingereichte Frage des AfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Dietz, auf die der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Dr. Thomas Bagger im Namen der Bundesregierung am 1. August wie folgt antwortete. Äußerungen des Präsidenten der russischen Föderation Wladimir Putin, wonach eine Wiederherstellung der Sowjetunion beabsichtigt wäre, sind der Bundesregierung nicht bekannt. Zitat Ende Zwar führt die Bundesregierung nach der eigentlichen Antwort noch aus, wohl aus Gründen der versuchten Ehrenrettung für den General, dass allerdings die aggressiv drohende Rhetorik gegen Nachbarstaaten und Versuche, Staatsgrenzen in Russlands Nachbarschaft gewaltsam zu verschieben, beziehungsweise diese Staaten mit anderen Mitteln zu dominieren, inzwischen integraler Bestandteil der imperialistischen Außenpolitik Wladimir Putins seien. Doch ändert dies nichts an der Tatsache, dass die Bundesregierung höchst offiziell einräumen muss, dass einer der ranghöchsten deutschen Generäle ein Putin-Zitat erfunden hat, um damit die milliardenschwere Auffrüstung der Bundeswehr und die Notwendigkeit des Operationsplan Deutschland zu rechtfertigen. Als der Autor dieser Zeilen am 3. Juli dazu in der Bundespressekonferenz nachgefragt und um Quellenbelege gebeten hatte, äußerte sich der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Oberst I. G. Arne Kollatz, noch wie folgt im Namen der Bundesregierung dazu. Ich persönlich meine das schon an vielen Stellen in den Raunereien, die man von Putin so hört, wahrgenommen zu haben. So wie? Naja, nun bin ich ja nicht Ihr Recherchebeauftragter. Ich habe bei Ihren Kolleginnen und Kollegen schon viele von diesen Zitaten gelesen. Vielleicht bemühen Sie sich bei den Kolleginnen und Kollegen, die bei der Recherche vielleicht ein bisschen begabter sind, Hilfe zu suchen. Und Russland konstituiert seine Streitkräfte. Wir rechnen etwa damit, dass in 5 bis 8 Jahren Russland seine Streitkräfte so wiederhergestellt hat während des Krieges in der Ukraine, dass sie durchaus in der Lage sind, auch mit klassischen militärischen Mitteln das NATO-Bündnisgebiet anzugreifen. Und Russland hat viel in der Vergangenheit, Putin hat viel in der Vergangenheit angesprochen, was er tatsächlich dann auch umgesetzt hat. Und immerhin, er hat gesagt, dass er das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen möchte. Und dazu zählen eben auch die baltischen Staaten. Herr Kollatz, André Burdemann, Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, hat er am 1. Juli bei der Vorstellung des Operationsplans Deutschland erklärt, ich zitiere ganz kurz, Putin hat immerhin gesagt, dass er das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen möchte. Und dazu zählen auch die baltischen Staaten. Und da würde mich nur die Quelle interessieren, wann und in welchem Kontext der russische Präsident dies gesagt hat. Ich persönlich meine das schon an vielen Stellen auch wahrgenommen zu haben, in den Raunereien, die man von Putin so hört. Aber wenn Sie sich auf die direkten Quellen von General Bodemann beziehen, müssten Sie ihn schon selbst fragen. Weitere Fragen? Zusatzfrage? Das ist ja so ein bisschen so ein Déjà-vu. Das hatten wir kurz auch bei Lanz, als der selbsternannte Waffenexperte Hofreiter dasselbe behauptet hatten, auf Nachfrage von dem Bundeswehroberst und auch Lanz selbst, das ebenfalls nicht belegen konnte. Und Sie vertreten ja nun mal in dieser Funktion auch die ranghöchsten Bundeswehrgenerele. Und wenn hier etwas, was ja auch eine extreme eskalative Relevanz hätte, wenn das so wäre, diese Aussage, wäre es doch schon sinnvoll, dass Sie das entsprechend belegen könnten. Na ja, nun bin ich ja nicht Ihre Recherche beauftragt. Ich habe bei Ihren Kolleginnen und Kollegen schon viele von diesen Zitaten gelesen. Vielleicht bemühen Sie sich, vielleicht bei Ihnen die Kolleginnen nachzufragen, die da an der Recherche vielleicht ein bisschen begabter sind, Hilfe zu suchen. Darf ich ganz kurz... Wenn ich vielleicht ergänzen kann noch, Herr Warbeck, dass die russische Regierung von territorialer Integrität ihrer Nachbarländer im Moment nicht so wahnsinnig viel hält, sieht man ja nicht nur an dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber da reicht es auch auf den Telegram-Kanal des stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Nationalen Sicherheitsrats, Herr Medjedev, zu gehen, der ein Video teilt, wo die Ukraine dem russischen Staatsgebiet zugeschlagen wird. Gut, hier ging es aber um den russischen Präsidenten. Aber wenn ich bei den Kollegen gucke, dann sehe ich zum Beispiel bei NTV oder Spiegel Berichte 2015 sehr explizit, Putin will die Sowjetunion nicht wieder errichten. Und alles, was man bei Recherchen findet, geht genau in die entgegengesetzte Richtung, zumindest was dessen Aussagen angeht. Die Intentionen sind immer dahingestellt. Aber das, was man konkret findet in offen zugänglichen Quellen, besagt das Gegenteil von dem, was einer ranghöchsten Bundeswehr-Offiziere öffentlich zu Wort gibt. Ich finde das schon durchaus ein Thema, bei dem sich auch das Verteidigungsministerium um Quellenbeleg bemühen sollte. Und ich glaube nicht, dass das meine Aufgabe ist. Ich habe das gemacht. Und wie gesagt, die Quellenlage geht in eine ganz andere Richtung. Meine nicht. Bevor wir jetzt zu einer größeren medienpolitischen Debatte, wer hat wann was gesagt? Wieder einmal bestätigt sich die alte Volksweisheit. Hochmut kommt vor dem Fall. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.